Sebastian Rode Da zieht er ab! Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, Bore. Guter Steilplatzier, er spielt den Ball. Frankfurt mit dem Tor. Das sieht vielversprechend aus. Können Sie verkürzen? Das ist der Anschlusstreffer, er ist noch mehr für Sie drin. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Borre. Immer wieder schaut sie, immer wieder laut. Der Ball ist drin, jetzt sind sie also mit zwei in vorn. Doppelpackend damit ver También entsteht mini-horst- Der Ball ist de Doppelpackend- der Ball ist da ver hier im Nr. weit räumlar ist nicht so schnell. Da wird erjeそして weniger wie wenn der Zack sei. Untertitelung des ZDF, 2020